So, ich nehme jetzt einfach direkt noch ein Part auf. Dann habe ich erstmal was. Also ich habe sowieso noch einige Parts, die ich noch nicht gerinnert habe. Kann ich noch nicht wirken. Ich bin außer Reichweite. Ich muss näher ran. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Okay, wir haben es fast. 2010 noch. Das lädt immer noch auf. 252. Aber man kommt da direkt voran. Das ist zu weit entfernt. Kann ich noch nicht wirken. Mist, hat leider nicht geklappt. Das lädt immer noch auf. Kann ich noch nicht wirken. So, und ein 17er? Wie bringt der? Das lädt immer noch auf. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Mist, ich habe sie gesehen. Ich glaube, um die 300. Da ist noch einer. Oke. Ich glaube, ένα. Das ist wirken. Ja. Ja. Kann ich noch nicht wirken. Der Zauber ist ihm nicht bereit. Ich brauche ein Ziel. 264. Das ist aber noch nicht viel. Na gut, aber wir haben es fast. Wir haben es fast. Ich meine Stufe 16 ist dann schon mal ein bisschen mehr als Stufe 15. Logischerweise. Das lädt immer noch auf. Der Zauber ist nicht bereit. Oh Gott. Oh Gott. Okay. 1000. Genau 1000 fehlen uns. Ich bin außer Reichweite. Ich muss näher ran. Nein, ich muss nicht drücken. Ich bin außer Reichweite. Ich habe kein Ziel. In sich ist das Level sowieso gut. So können wir dann wenigstens. Gut, am meisten bringen dann ja wahrscheinlich die Banditen was. Ja, durch die kriegen wir ja noch mehr Sachen, die wir verkaufen können. Aber die nächsten Sachen wären ja sowieso mächtig teuer, was ich gesehen hatte. Das heißt, da kommen wir mit dem Geld, was wir jetzt gerade in der Tasche haben, sowieso nicht hin. Wir müssen bis dahin noch ganz, ganz gewaltig sparen. Also ein ganzes Level haben wir ja Gott sei Dank noch Zeit dafür. Das heißt, ich werde vielleicht wirklich gleich mal versuchen, wieder mehr auf die... Die Menschen zu gehen. Jetzt sehe ich dann gleich hinten beim Moonbrook Level. Das war glaube ich 152, ne? Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ich bin außer Reichweite. Ach komm schon. 552, dann will ich mir das gleich mal merken. Wie viel es nach dem Level ab ist. Kann ich das nicht los. Das ist zu weit entfernt. Aber wir haben schon vor 16. Und bis dahin ist noch erhöhtes Leveling. Das ist 152 für das. Jetzt sind wir ja auf einem... einem Level. Das lädt immer noch auf. 250. Okay. Dann ist es um zwei reduziert. Na denn. Oh Gott. Das war falsch. Ich würde das hier machen. Und das hier machen. Gut. Erhöhtes Leveling haben wir ja noch an. Dann mal schauen, dass wir da hinten ein paar Finger platt kriegen. Okay. Level 12. Hier bin ich ja zwei Level höher, als wie ich es das erste Mal versucht habe. Das Problem ist halt, hier geben halt noch genug Extrasachen. Also, ne? An Items. Ich brauche gerade alles, was mein Inventar voll macht. So blöd, wie das auch klingt. Mal sehen, ob wir die Plünderer gleich hinkriegen. Wird besser als vorher, meine ich. Ja. Man sieht, sie ziehen uns auch viel ab. Ich kann keine ganze Gruppe von erledigen. Aber ich sag jetzt mal, wenn... ...die einzelnen drauslocke... ...wie hier sind das... ...ne, ne, da kommt erst mal der eine. Da kümmere ich mich als erstes... ...was für ein Da-Waar. Aber die geben jetzt tatsächlich nur 222. Also geben die Tiere vielleicht sogar mehr? Einfach bei dir hier. Ja. Ja, wie gesagt, ich mach das erst mal so. Wir leveln ja trotzdem. Ich mein, wir haben ja 1300 schon. Das sind zwar Ausplünderer. Gott sei Dank. ...Stufe 13 sind die. Und jetzt erst Stufe 14. Ich kann es noch nicht essen. Ich kann es noch nicht essen. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Oh. Und ich muss reparieren gehen. Wie lange hält der noch durch? Oh. Naja, okay. Okay. Wir kämpfen aber auf dem Weg dahin. Das hört sich keine E.P. mehr aus. Keiner. Noch ein Ziel. Wir müssen jetzt Stufe 17 erreichen. Also das Beste ist eigentlich, glaube ich, bin mal wirklich alles, was man sieht, tötet. Außer halt diese ganzen Gruppen. Jetzt ist es noch durch. 5 von 12. So, mach hier schon. Das war jetzt Verschwendung. Aber nach diesem Pfad muss ich halt wirklich erst mal einen Cut machen. Muss ich jetzt wirklich erst mal weitermachen. Also wenn ich diesen Balken hier noch aufbrauche, wäre super. Das ist zu weit entfernt. Es würde mir sogar schon reichen, wenn wir bis dahin kommen würden. Noch ein Ziel. Oh, ich habe sogar einen Talentpunkt. Da habe ich zwei von zwei. Bis zum nächsten Mal. 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 Ich frage mich immer, was diese Adler mit Schilden wollen. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen was zum Verkaufen. Ich sag mal so, es reicht auf jeden Fall. Um uns ein bisschen was leisten zu können. Wie sieht es denn eigentlich jetzt mit Requests aus? Ah, okay. Das hier ist nicht mehr rot oder eins davon... Nee, doch das hier ist nicht mehr rot. Und das ist nicht mehr orange. Mit Rotkammgebirge. Mit Rotkammgebirge. Ich gucke da vielleicht nochmal nach. Ich gucke da vielleicht nochmal nach. Denn... Damit man weiß, wonach man suchen soll. Aber hey, wenn wir Stufe 20 haben, haben wir schon mal die Hälfte fürs Reiten. Also bis man reiten kann. Also bis man reiten kann. Das Geld fürs Reiten zusammenzukriegen... Bis dann die nächste Herausforderung. Ich muss näher ran. Ich bin außer Reichweite. Ich habe kein Ziel. Wie viel haben wir? 4.000. 5.000 fehlen doch. Es wäre einfacher, wenn wir schon eine Quest fertig hätten. Aber das haben wir leider noch nicht. Warum schluckt denn der Sound? Das stockte ja eben, als wenn... Als wenn die Disc so einen Sprung hätte. Kann ich euch helfen? Mit dem Unterschied, dass das Spiel ja keine Disc hat. Oh Gott. Oh ja. Oh Gott. Oh ja. Okay. Okay. Gut. Ich würde aber sagen, ich beende hier erstmal kurz den Part. vielleicht nehme ich nachher noch ein bisschen auf oder level zwischendurch allein auf Screen, um ein bisschen was zu kriegen. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020